Die Spannung zuschauen, ich gehe jetzt in die Spannung, ja? Ja. Ist mir ein Gefallen, ist gar nicht böse gemeint. Nicht nur so ein bisschen verbal rufe. Er sagt, dass er auch so blöd hätte ich gehabt. Die Spannung nur auf dem Eis. Guckt euch in die Position und stellt euch dann ein bisschen zu. Aber dann wäre ich dankvoll, wenn ihr ein bisschen ruhe eigentlich hätten. Ich danke euch. Die Spannung Ich habe lange zu verletzten, um zu verletzten, um zu verletzten. Ich wollte eigentlich find myself, als ich als jung war, ich wollte cool sein, ich wollte ein Gangster sein, ich wollte ein Punk sein, und ich war ein Punk. Ich sagte, ich war auch politisch, und Radical, zu sagen. Ich hatte 3 1⁄2 Jahre in der Karte, und ich bin für 50 Monate nach Hause. Das Endeffekt in etwas, das nicht in diesem Weltkrieg hat. Freediming is helping me to relax, to actually forget for a certain amount of time everything that's happening around me. Atmen. Ein Atmen. Weiter atmen. Und nochmal durchfädeln. Richtig durch. Den einen Arm durchfädeln, und dann nach oben auföfnen. Machen wir jetzt Luger. Stretching. Geht das noch weiter. Atmen. Einatmen. Geht noch bis hin. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Nicht so doll pressen, einfach weiter atmen. Alexa, spiel gute Laune Reggae Musik. Jo, schönes Arbeitsmarkt. Alles Gute. Geil. Lass die Schuhe an. Lass sie an. Wirklich, lass sie an. Ja, mach mal ehrlich. Wir haben nicht mehr gequatscht, Alter. Ja, natürlich. Du hast das Felix alles erzählt, aber ich weiß von nichts mehr. Für welchen Rekord jetzt? Für den Guinness World Record im Tieftauchen unter einer geschlossenen Eisdecke. Okay. Ja, hab ich vorbereitet. Welche Entfernung war das? 70 Meter. Okay. Tiefe. Tiefe? Tiefe? Ich dachte jetzt unter der Eisfläche entlang. Nein, Mann, ich mach tief tauchen 70 Meter. Ach so, okay. Das ist Strecke. Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gedacht. Ja, Strecke 70 Meter, Alter. Da lach ich mich ja tippe, ey. Nee, Tiefe. Ja, deswegen konnte ich... Das sind Strecke 140 Meter. Mindestens. Ich muss hoch und runter. Cheers, Bro. Ja, dann darfst du nicht. Ja. Ja? Mögen alle Meerjungfrauen mit dir sein, Mann. Vielleicht finde ich es auch nicht. Aber ich habe mir schon gesagt, wenn ich einfach mal so tief tauche, dass ich eine Meerjungfrau sehe, dann weiß ich muss wieder auftauchen. Nicht unten bleiben. Nicht unten bleiben. Das war jetzt wieder 60. Jetzt nachher machen wir das Tiefe. Aber beschissen geschlafen. Nicht gut gegessen. Ich bin morgens aufgestanden und dachte, Scheiße, läuft nicht so, ne? Mhm. Und auch nicht so entspannt und... Trotzdem lief es gut. Und wie sind... Passt alles? Weibs sind gut? Weibs sind gut. Es passt alles. Ich dachte, wie es ist. Ich hatte ein bisschen Stress mit meiner Freundin und so. Die kommt auch nicht. Ah, kommt sie nicht? Okay. Das war jetzt so ein bisschen mein Fuck, ey. Aber... Er ist mal richtig. Also... Schäupte ist super. Der macht es super. Der macht es super. Der macht es super. Das ist super. Der macht es super. Der macht es gut. Der macht es gut. Der macht es gut. Der macht es gut. Er ist gut. Da ist etwas ganz viel. Der macht es gut. Und wie wir wieder sehen, der macht es gut. Da sprechen wir halt jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020